Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Empire auf meinem Kanal der Mikeintosh und ich drehe jetzt die erste mal an diesem wunderhübschen Glücksrad und kriege eine Vase. Habe ich nicht letztens Vasen gesucht wie ein blöder? Verbessere uns auf Garni, sollte auf Gold. Die ist sogar schon auf lila, du Döse-Buddle. Ich muss nur... Ich muss nur noch weiter züchten. Ja, wenn ich jetzt letztens das Haus nicht Upgradet hätte, dann hätte ich jetzt die eine Vase, um ein größeres Upgraden. Aber was soll ich sagen? Es läuft halt nicht immer so, wie man sich das wünscht, aber... Ich habe ja trotzdem nichts falsch gemacht, denn irgendwann muss ich das ja eh alles Upgraden. So, uns fehlt aber noch einmal Nägel für Omis Haus, ne? Einmal, oder? Ja, einmal Nägel für Omis Haus. Habe ich noch Platz im Schuppen? Ja. Jetzt gucke ich gerade erstmal, habe ich hier irgendwie noch einen Pilonen übersehen. Nein. Nein, 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 nein. Gut. 7500 Geld, äh, dreimal Dünger und Diamonds! So. Dann habe ich hier Sachen verkauft. Gut, ähm, na komm, dann lass uns doch mal direkt mit dem Reparieren anfangen, in der Hoffnung, dass ich da jetzt einmal Nägel raushol. Aber bis jetzt hole ich gar nichts raus, das ist auch schön, nicht? Ja, gut, das kann ich hier mitnehmen. Shedal. Noch eine Vase, okay. Stuhl. I. Komm schon, jetzt gib mir doch mal Nägel. Jawoll! Okay. Omas Haus ist gesichert. Da habe ich jetzt irgendwo noch eine Bank übersehen. Ja, hier. Und hier. Und hier. Okay. Okay, dreimal noch. So, jetzt kann ich Omas Haus upgraden, was ich jetzt auch tun werde. BAMF. Dann kann ich nämlich in einem Tag Zucker herstellen. Zucker. Ich habe hier noch Sachen, die ich nicht aufheben konnte, richtig. Jetzt gehen die aber steil. Denn ich dürfte jetzt ja wieder richtig viel Platz im Schuppen haben, mein lieber Scholli. Okay. Lass uns doch mal in die Vertriebszentrale reingucken. Skunk und Chemnock. Okay. Ich gebe das mal ab. Was braucht Skunk-Feld-Temperatur. Bewölbt. Gut, kriegst du. Das braucht Chemnock. Auch bewölbt. Okay. So, dann können wir da nämlich auch schon mal ein bisschen abliefern. So, jetzt lasse ich mal gucken. Also. Für einen größeren Schuppen fehlt natürlich das Geld, klar. Aber nur noch Regale. Bahnhof erledigt sich mehr oder weniger von allein. Dann gibt es hier Häuser und Wohnwagen. Für die Bäckerei brauche ich quasi denselben Kram nochmal, denn ich gerade auch für Omas Haus gebraucht habe. Und für die beiden Produktionsgebäude auch. Hm. Ja. Okay. Platsch. Hm. 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 Also ich brauche Regale. Nägel, Bretter, Steine. Dann schauen wir doch mal, ob ich zufällig irgendwas davon kriege. Irgendwo. Regale kriege ich. Wie viele Regale habe ich jetzt? Reichen die schon? Falsch. Nee, ich brauche noch. Nee, ich brauche noch zwei Regale. Nee, ich brauche noch zwei Regale. Dies ist ja als drüber. Ich brauche noch zwei Regale. Nee, ich habe noch drei Regale. Nee, ich brauche noch zwei Regale. Ich brauche noch zwei Regale. Da habe ich grad nicht so Glück. was hat er jetzt gesagt ich brauche noch zwei regale jetzt mein gedanke ich weiß es schon gar nicht mehr genau ich wollte wissen wo man regale her bekommt mülltonnen na komm wir haben jetzt wieder platz dann machen wir jetzt auch mal ein bisschen mülltonnen mein gläser brauche ich ja schließlich auch diese handkarre auch oder die handkarre habe ich tatsächlich schon genug aber die wird man ja schnell wieder los oh diamond